ja liebe leute herzlich willkommen zurück zu let's play durch vier wir machen weiter mit schweden haben wir abgearbeitet mit den beiden monsterblöcken gestern und heute an diesem mittwoch geht es dann endlich weiter mit dem nächsten teil und der führte es nach wales und direkt den nächsten monsterblock mit 15,58 kilometer was ist hier denn los liebe leute bei der vier momentan jetzt geht es hier richtig in die länge im wahrsten sinne des wortes ich muss mir nachher mal die zeit die die streckenlänge angucken damit ich weiß wie ich die splitten muss wenn er mir jetzt nur so so das ist eine wichtige information 38 was gerade für strecken die dritte jetzt hintereinander quasi als sie mir alles und alles bitte mal auf in einer folge mal auf über die ganze woche dritten voraus naja aber das ist jetzt die letzte serie dieses links die serie dieser klasse so ist es richtig historische legend serie 2 14 kilometer dann haust du noch so eine 50 kilometer hinterher und das ist die nächste und das ist die nächste die nächste die Links 3, Kuppel, Kuppel, rechts 2, in links 4, überwählen. Rechts 3, rechts schneiden, links 4, rechts 6, durch Tor, links 6, überkuppeln, 2, überkuppeln. Rechts 5, links 6, 60, Kuppelsenkel, rechts 6, rechts 4, überkuppeln, durch Senke, mittig halten, überkuppeln, links 6, durch Senke, links 4, überkuppeln, durch Senke. Links 6, mittig halten, überkuppeln, rechts 5, überkuppeln, links 3, nach rechts steigen, rechts 3, überkuppeln, durch Senke, links 6, durch Senke, links 4, überkuppeln, durch Senke, links 6, mittig halten, überkuppeln, 60, rechts 6, links 5, überkuppeln, rechts 6, Kuppeln, in links 6, durch Senke, rechts 3, in links 2, durch Senke, in rechts halten, durch Senke. Hup, das habe ich nicht gesehen. Oh, der ist gerade irgendwie... Ich würde jetzt die Strecke schaffen oder irgendwas ist mit dem Auto nicht ganz in Ordnung. Da müssen wir 46 Sekunden. Oh, die Stämme, die kam auf einmal sehr nah, aber es ist gut gegangen. Und nach der Türbequau und wir widmen uns wahrscheinlich... Könnte sein, dass wir uns dem Nachfolger widmen. Aber... Oder wir warten... Wir brauchen noch ein kurzes Andereswärtsplay rein. Und warten dann auf den neuen Need for Speed Teil, der ja im November kommt. Mit Need for Speed. Hit! Rechts, links, links, rechts, links, 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 rechts, links, links, rechts, links, links, rechts, links, 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 rechts... Weil es tut sich glaube ich nicht, einen neuen Teil hier anzufangen und dann ist es immer abzubrechen. Gucken wir was wir machen. Aber jetzt kommen wir mal zu Ende, dann gucken wir wie lange weiter wir sind. Wir haben noch nicht mal, ich glaube wir haben ja knapp die Hälfte oder so. Wir haben noch eine Strecke. Oh Alter. 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 Gleich in den letzten Abschnitt für heute. Meine Frau, dienies'ni'. Achtzig. Rechts sechs. Links fünf. Überflug. Rechts sechs. Kuppe. In links sechs. Durchsäcke. Rechts drei. In links zwei. Durchsäcke. In rechts halben. Durchsäcke. Links vier. Überflug. Rechts fünf. Rechts drei. In links zwei. Durchsäcke. In rechts halben. Durchsäcke. Links vier. Überflug. Rechts fünf. Achtzig. Rechts vier. Links eins. Welle. Senke. Rechts fünf. Überflug. Links fünf. Rechts sechs. Rechts zwei. Links drei. Rechts vier. In offene Kehle links. Lang. Durchsäcke. In rechts sechs. Links halben. Überflug. Rechts fünf. Rechts drei. Rechts schneiden. In links zwei. Durchsäcke. In rechts halben. Durchsäcke. Links vier. Überflug. Links schneiden. Rechts fünf. Links sechs. Offene Kehle links. Innen halben. Rechts schneiden. Sechzig. Überflug. Runter. Rechts vier. Links eins. Fälle. In links zwei. Runter. Und jetzt geht's. Rechts fünf. Überflug. Ich muss jetzt eigentlich ins Ziel gegen gleich. Die Meldung durchkommen. Rechts sechs. In links sechs. bis zehn. Alles klar. Ja, Gott sei Dank. Boah. Neun Minuten. 42. Haben wir gebraucht. Jetzt gerade. Wir kribbeln so die Finger. Nach diesem dritten jetzt mega Block hintereinander. Effekt. Super Ergebnis. Gut gemacht. Und am Ende noch mal diesen 16 Kilometer Ding. Alter, was haben die denn hier mit diesen Mega Blocks? Aber okay, wir können heute wieder 33 fahren. Also würde von der Zeit gehen. Gut, heute ist wieder was länger. Morgen den Kurs kürzer. Wir haben jetzt eine Strecke von 8,6. Sieben Kilometer und dann 6,4. Und dann, ja, wird zweimal ein bisschen entspannter. Und dann jetzt nochmal so ein Abschluss-Megablog. Aber wie gesagt, ich bin froh, dass wir nach drei jetzt gerade mal alles durch haben. Na ja, wieder mal sein. Wir kriegen es hin. Wir müssen. Machen wir wieder 3,3 die Woche jetzt. Also jetzt heute und morgen. So. Wirbel. Wirbel. Machen wir keine Sorgen um die äußerlichen Beschädigungen. 5, 4, 3, 2, 1, los, rechts, 4, überwunden, durchsenken, mittig halten, überwunden, links, 3, durchsenken, mittig halten, überwunden, 60, wir laufen, bekehren, rechts, lang, rechts, steigen, 60, durchsenken, links, 3, überwunden, links, 3, überwunden, links, 3, überwunden, rechts, 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 links, 3, überwunden, links, rechts, 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 rechts Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 steht da doch noch liegen, weil sonst hätte er sich da aufgeregt. Ja, hat ja was gegessen. Also die Strecke, wenn wir nicht gewinnen. Das Thema, wenn wir nicht gewinnen. Wir können ein bisschen Schadenswerte versuchen zu betreiben, aber mehr auch nicht. Nein, das sind nur noch 16 Sekunden, aber das wird schwierig werden, die aufzuholen, jetzt in dem letzten Abschnitt hier. Ja, klar. Ich wollte hier abschätzt. 10 Sekunden haben wir zum Ende. Ah, Dritter. Ist okay. 필요art. Alles gut. Es war auf jeden Fall nicht so dramatisch, wenn es 30 Sekunden wäre. Aber selbst die können wir uns erlauben. Ja, können wir hin. Alles Gute. Mit dem kaputten Reifen zwischendurch. Mit dem Reifenwechsel haben wir ein bisschen Zeit verloren. Ah ja, passt schon. So, 6,4 Kilometer, liebe Leute, stehen jetzt nochmal an. So. So, okay, leid. Wir müssen auf einige Stellen in unserem Aufschritt achten. Also, volle Konzentration. So, 4 Minuten 31, sagt er mir jetzt gerade als Zielzeit. Obwohl wir unterbieten können. Letzte Strecke für heute. Moment, ich muss mich kapierlich richtig hinsetzen. Beim Fahren ist es ein bisschen einfacher dann. Mittig halten, Überpuppe. Links 3, durchsenke. Mittig halten, Überpuppe. 60. In Aufverkehr, rechts, lang. 60 durchsenke. Links 3, überpuppe. 150. Links 5. Links 3, überpuppe. Rechts 6, überpuppe. 60. Rechts halten, überpuppe. Links 3. Rechts 4. In links 6, 60. Rechts 2. Links 3. Rechts 4. In Aufnerkehr, links. Lang. Durchsenke. Nicht schneiden. In rechts 6. Links halten, Überpuppe. Rechts 5, 100. Übermelde. So, von Aufnerkehr, rechts. Innen halten. Rechts 6. Links 6. Aufnerkehr, links. Innen halten. Rechts schneiden, 60. Überpuppe. Rechts 6. Links 4. Rechts 3. Links 6, überpuppe. Rechts 6. Links 4. Rechts 3. Links 6, überpuppe. Links 6, überpuppe. So, es ist nicht einfach hier. Nebel, Dunkelheit, alles kommt gerade zusammen. Links 6. Links 6, überpuppe. Spritzwasser. Links 6, übermelde. Rechts 3. Links 6, überpuppe. Links 3, durchsenke. Mittig halten, Überpuppe. 60. In Aufnerkehr, rechts lang. 60, durchsenke. Links 3, überpuppe. Rechts 6, 60. Durchsenke. Links 3. Rechts halten, übermelde. Links 6. Rechts 5. Links 5, übermelde. Achtung, Koffer. Rechts 1. Links 4, 18. Übermelde. Sofort, auf der Kehre. Rechts. Innenhalten. Rechts 6. Links 6. Auf der Kehre. Links. Innenhalten. Heißt es sich einfach definitiv nicht. Ich weiß gar nicht. 20 Sekunden habe ich noch mit der Vorsprung. Können zwar nicht schneiden. Jetzt war mir schon irgendwie klar, dass er dann erst noch anteuert, dann nochmal zurückkommt und dann wieder runterfällt. Aber dieses Zwischendurch, dass man seit dem Baum hängen bleibt. Es ist nicht einfach zu fahren, gerade hier. In links 1. Rechts halten. Lumpen. In links 2, 18. Abloh, Koffer. Sofort. Rechts 1. Nicht schneiden. Links 6. Koffer. Senke. Rechts 6. Links 6. Rechts 5. Koffer. Nicht schneiden. Links 6. Und abloh. Rechts 4. Nicht schneiden. Sofort. Schaf links. Unter. Ich lasse immer wieder Zeit liegen. Das ist aber klar. Wenn wir irgendwo ein Baum hängen bleiben oder so. Hm. Hm. Rechts 4. Überpuppe. Durchsenke. Mittig halten. Überpuppe. Säck. Säck. Koffer. Säcke. Rechts 6. Rechts 4. Überpuppe. Durchsenke. Mittig halten. Überpuppe. Rechts 6. Sechzig. Durchsenke. Links 3. Rechts halten. Überwärm. Vollwärm. Rechts 4. Links 1. Welle. Senke. Nicht schneiden. Rechts 5. Überwärm. Links 5. Rechts 6. Sechzig. Überwärm. Sofort. Offenbekehre. Rechts. Innen halten. Rechts 6. Links 6. Koffer. Senke. Bis ziehen. So. Boah. Am Ende sind die Server jetzt immer durch. Bitte nicht nochmal so was. Puh. Effekt. Super Ergebnis. Gut gemacht. Okay. Gott sei Dank haben wir jetzt diesmal wieder Platz 1 geholt. Das war definitiv alles andere als einfach. Aber wir haben es dann gut gemeistert. Gut. Den nächsten Teil sehen wir uns dann. Morgen wieder um 14 Uhr. Dann haben wir 6 Kilometer. 4,8. Und dann die 16 Kilometer zum Abschluss nochmal. Bis dahin. Und auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.